So, ich hab hier jetzt noch so'n Deck. Das ist ziemlich late-game. Ich hab'n LeBlanc-Deck. Dachte ich's mir. Darius, ich hasse mein Leben jetzt schon. Was wie das heißt? Die Fresse. Le. Oh, weißt du? Ja. Fangen alle mit Le an. An dem Punkt würde ich gerne mal darauf eingehen, dass Le der heißt. Das ist mir egal. Auf Französisch. Und... Der Blanc. Ja, der, der weiß. Eigentlich müsste es La Blanche heißen. Aber vielleicht ist mein Französisch auch sehr schlecht und ich laber Quatsch. Aber wer weiß das schon. Dammit! Weißt du, wie's läuft? Ich hab' verloren, also Rematch. Achso, ich hab' dir noch gar nicht gesagt, wie das Deck heißt, ne? Ja, stimmt. Deck heißt, mir ist so kalt, dass ich zittere. Ich hab' ein bisschen unglücklich gezogen. Ich hab' ein bisschen unglücklich gezogen. Wait a minute! Ey, du... du kannst... ja. Ja. Ne Blanc? Ne Blanc. Ne Blanc. Ich bin unverneidlich. Ne Blanc. Ne Blanc. Ich hab' nichts mehr spielen. Ich bin dran! Ja. Bang! Und wieder hoch! Ja, ich habe Angst vor deiner Lawine, bin ich ehrlich. Ja, es ist wieder ein Longstor, was willst du machen? Nichts mehr spielen. Achso. 5-1, ey, das ist so nervig. Ich dachte, du bist dran mit Angreifen, deswegen hatte ich meinen Zug beendet. Läuft. Wer würde ich dir jetzt nicht erhören? Klingt ein bisschen zu happy. Warum? Warum verwandelt das LeBlanc? Wie funktioniert dieser Champion? Ich habe gesehen, wie du 15 Schaden verursacht hast. Aha. War kein Schaden, das war ein Zauber. Der Schaden verursacht hat. Du bist so frech, ey. Nein, geh nicht LeBlanc. Entzündet die Signalfeuer. Okay. Nein. Was ist das, Wieners? Okay, das ist jetzt, jetzt wird es gefährlich. Was muss ich dann mit denen? Okay. Weg mit dem. Weg mit dem. Ich habe ich weitergemacht, damit ich denen jetzt nicht opfern muss. Ja. Ja. Aber jetzt machen wir das beides. Ja. Lauf, solange du kannst. Wow. Was ist das enttäuschend, ey. Aber greifen wir das mal an, ne? Jetzt droppst du nochmal 80 Zauber. Ja. Aber weißt du das? Was willst du denn sonst mal mit 80 Karten auf der Hand? Keine Ahnung, was die Karten alle können. Ach, nö. Sag mal. Willst du mich verarschen? Nö. Das ist so stupid. Aha. Willst du nicht dein 8-Mana-Typ spielen, alle Wahrzeichen zerstellen? Ne, noch nicht. Ey. Erstmal brauche ich meine Leben wieder hoch. Oh, oh, oh. Das sind so unendlich viele Karten, die du ständig ziehen kannst. Voll anstrengend. Ja, nimm das. So, kann ich nicht deffen mit? Ja, au. Da hilft nur eins. Stopp. Ja, warte. Hättet ihr die... Ah. Die Karte, die ich gezeigt habe, kostet dann 0. Ja. Aha. Ich dachte, der Zauber selbst kostet dann 0. Ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auch gerade echt ein bisschen Probleme. Ah, ich bin... ...soweit noch zufrieden mit meiner Hand. Nimm das, I guess. Also nur... ...drei Schaden. Ja, weiß ich auch. Ach so. Ich verstehe. Ja. Was verstehst du? Ja, dein Laser-Heini. Oder noch eine Labine. Oh, shit. So, ich brauche jetzt mal das Herz der Karten. Will ich die opfern? Ich will erst mal wieder ziehen. Das ist so stupid. Warum? Nun endlich viele Karten du einfach ziehen kannst. Wie... Was hast du noch am Deck, Alter? 22 Karten. Ich habe 23. Wie kann das sein? Ich bin dran. Ich bin dran. Nein. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, go for it. Meine Liebe, du siehst zum Sterben gut aus. Ist es so offensichtlich? Das ist gerade ein hartes Spiel geworden hier. Ah, der belastet mich ein bisschen, dein Einer-Typ. Jetzt soll doch langsam mal so gar keine Wahl mehr. Ich spiel jetzt den halt zweimal. Geh weg. Das war ein bisschen viel Mana gewastet. Ja. Die wenigsten dürfen sich Kino-Killianer nennen. Das ist so spannend, ey. Jetzt komm mal aus. Nichts ist übrigens zäher als ein Troll. Wusstest du das? Ich glaube, das ist okay für mich. Ah, ne, warte, was kann das? Alles verbinden. Ui, 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 ui. Klingt stark. Weiß ich nicht. Ich... Also selbst mit deinem 80. Leblanc-Deck habe ich... Keine Ahnung, wie ich am besten dagegen spielen soll. Ich habe mit allen so wenig Leben, denn eines Fichter ist hart am Countern. Ja. Wobei der eigentliche Counter ist ja, dass ich ihn dir gezeigt habe. Ja. So. Was war? Okay. Machen wir so, glaube ich. Kannst du das mal lassen? Nein! Das ist ja jetzt sehr belastend gerade. Ja, weil den Trundle brauche ich noch. Deswegen mach den mal nicht kaputt. Okay. Ja, das ist sogar meine Eisholte noch stehen geblieben. Hä? Warum ist das LeBlanc? Versteh nicht. Das kann sich nur um Tage handeln. Bis ich mal noch hier die Karte ziehe, die ich benötige. Welche Geheimnisse bringst du mir? Ah! Schon wieder LeBlanc! Cool! Ich hab noch nicht einen Darius gezogen. Wie oft hast du schon zwei Karten gezogen? Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Wie wir mal? Sind kaputt. Ja, das geht nicht. Ich kann die demassianische Grenze sehen. Okay. Es geht nicht. Wie geht's? Tja. Langsam. Wie wird Zeit für Big Chungis? Habe ich keine Wahl mehr. Boah, diese Karte, ne? Hast du Dezimieren im Deck? Das höre ich nicht. Ich nehme das einfach mal als Nein. Ja, ich würde mal sagen, das kannst du nicht mehr deppen, ne? Kommst du da ruf? Das ist so ein Gefühl von mir. Du hast recht. Nice! Ah, nee, Alter, da ist so viel Pressure unter dieser einen Karte, die gibt's jetzt zu spielen. Eigentlich wollte ich diese coole Karte droppen, die beim Angriff das gegnerische Deck zerstört. Du hast ja nicht mal eine Sandra. Ja, doch, hatte ich. Du hast sie nur instant mit einer 3-Mana-Karte zerstört, ey.